Ähm, aber irgendwie hatte ich... Sau... Ja, genau, das wollte ich sagen. Was? 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 Kannst du mal filmen? Mhm. Ach! Kann ich dir eine Begrüßung machen? Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen... Vlog auf meinem Kanal. Oh, das war gut. Ja, ich freu mich grad auf mein Bett auf. Und danach sehen wir das ein oder andere Video. Unter anderem schlechte Andersprüche, gell? Ja, mach mal frustelige Bewegungen. Auf drei, eins, zwei... Mach mal so... Mach mal eins... Okay. Freut euch auf... Du warst plötzlich weg. Wir machen's jetzt so, eins, zwei, drei... Ja, okay, ne. Ähm, ich geh's noch kurz zum DM. Und ich werde jetzt paar Sachen kaufen für ein Make-up. Und zwar wird es darum gehen. Ihr bestimmt mein Make-up auf Instagram. Ihr müsst abstimmen, bunt, nicht bunt. Also fangt mir auf jeden Fall auf Instagram. Dann kommt vielleicht öfters so ein Video, wo ihr Sachen bestimmt dürft. In my life. Und jetzt, ähm... Dann hast du ja wieder Videos, wenn ich fertig geschmückt bin, gell? Mua. Und ihr kommt mit. Ich hab ihr dann die Aufgabe gegeben, dass sie mir einen Traubenzucker kaufen soll. Und zwar von diesen großen da. Von dem blauen, okay? Marsia, wenn sie's jetzt nicht macht, dann ist sie absolut uncool. Dann ist sie keine fette Marsia mehr. Wehe, du machst es nicht. Marsia. Ja. Okay. Leute, wir fahren jetzt zum DM, damit ich meinen Einkauf machen kann. Wie immer in den Vlogs. Ja, und ähm... Ich mach grad die Ab... Äh... Letztes Mal gab's ein T-Shirt. Ich mach grad die Umfragen auf Instagram, was ihr dann bestimmen dürft. Oder ja. Jetzt gehen wir in DM. Uh. So geh ich immer in DM. Also wir waren jetzt noch... Wir waren jetzt beim DM und noch kurz beim Aldi. Jetzt fahren wir zurück. Wir sind im Auto auf dem Weg. Strait wieder nach Hause. Folgt mir auf Instagram. Denn... Dann könnt ihr bei den Abstimmungen auch mitmachen. Und... Das Video wird wahrscheinlich noch online kommen. Oder vielleicht war's. Kam's auch schon online guckt. Abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, damit ihr das Video nicht verpasst. Ah, Fuchs. Jaja. Ich hab mir Deo gekauft. Ja. Auch richtig geiles Deo. Ja. Ich hab sie gefragt, Marsia, auf was stehen die Frauen? Ja. Und jetzt hab ich das ultrakrasse Deo. Ja. Champignons darf man auch natürlich. Immer muss man mit dabei haben. Wenn man unsere Mama hat. Wenn man unsere Mutter hat. Wenn man unsere Mutter hat. Die Ausländische Mütter sind halt so eine Sache für sich. Ne? Oh ja. Das ist sehr temperamentvoll. Sehr temperamentvoll. Und wenn man was Falsches sagt, dann kommt's ja mit Lappen. Boah, diese Nägel sind der absolute Killer. Stehen die Jungs auf Nägel? Mhm. Ich schon. Haha. Ähm, ja. Mal gucken, wie ich gleich mich schmecken werde. Wie ihr es entscheidet. Ihr seht's dann in dem Blog. Ist ja blöd. Man muss das Video davor online kommen. Sonst habt ihr den Vorgeschmack weg. Okay. Gut zu wissen. Aha. Natürlich bin ich die beste Schwester, die man sich denken kann. Luciano, du wolltest doch etwas Bestimmtes haben, gell? Du hast es eh schon gesehen, gell? Ne. Hallo? King? Ja, das war die einzige, die es da gab. Sag mal, hallo? Ja, wie schmeckt's? Ich will wissen, welche Sorte. Ich hab ihm einen Traum sogar mitgebracht von meinem Geld. Geht's denn? Deinem? Küss mich auf die Backe. Ja. Okay. Juhu. Mach. Oh, Luciano. Mach der Augen zu. Okay. Oha. Er ist so heiß, ich muss ihn anmachen, dass du bereit. Jetzt bereite ich das Video vor. Die Saftboxen müssen aufgebaut werden. So sieht's nämlich aus beim YouTuber Lifestyle. Behind the scenes. Wie viel Akku hat die Kamera noch? Ich hab jetzt gerade eben das Video abgedreht. Wo ihr mein Make-up bestimmt habt. Das hier ist der Look geworden. Schaut auf jeden Fall bei dem Video vorbei. Ist nicht so spektakulär geworden. Ähm, aber irgendwie hatte ich... Ich hatte heute irgendwie keinen Schminktag. Vor allem, ich stehe gerade übelst vor auf diese knalligen, bunten Lidschatten und... I'm not so the... The... Ach, genau, das wollte ich sagen. Heute ist so ein verkacktiques Kackwetter. Man guckt raus und denkt sich so... Oh noaa... Why man? Und, wie sie das Zimmer aufmachen, guckt mal, irgendwie sieht das hinten so scheiße aus. Was ist das da überhaupt in der Ecke, Alter? Oh no, Mama mia Ich komme mit Unordnung nicht klar Und ich fühle mich gerade voll eklig geschminkt Guckt mal, so sieht es nach einem Video bei mir aus Wow, richtiger Hinter-den-Kulissen-Vlog gerade Ich habe mich gerade abgeschminkt, weil ich mich mit Make-up irgendwie so eklig gefühlt habe Leute, ich habe mich jetzt neu geschminkt Wenn ihr einen Look zu diesem, schreibt Sonnenuntergang in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass ich zu diesem Look, den trage ich gerade voll oft Ein Make-up-Tutorial machen soll Jetzt muss ich mein Zimmer aufräumen, ich fühle mich gerade so unwohl in meinem Zimmer, kennt ihr das? Ich muss aufräumen, dass es clean aussieht irgendwie, sonst kriege ich die Krise Also Leute, wir haben gerade Sturm frei, weil unsere Eltern nicht da sind Auf jeden Fall habe ich jetzt mein Zimmer aufgeräumt, es sieht jetzt wieder ein bisschen gemütlicher aus Ähm, da sind die Lichterketten Wartet, ich zeige euch, weil mein Zimmer ist jetzt wieder aufgeräumt Guckt mal Also guck, ist jetzt wieder aufgeräumt, es ist da, es ist die Ecke, der Schreibtisch ist aufgeräumt Ups, okay Hier, okay, da sieht man so ein paar Kabel und so, ist okay Ist okay Und Meine Kuschel-Ecke Und Schrank, darüber wollen wir nicht reden Denn Bäm Hauptsache Türen sind zu Und das war's jetzt eigentlich mit dem Vlog, ich mach heute gar nichts mehr Es ist auch schon abends, es ist aber noch hell Es ist so ein Scheißwetter, ich bleibe den ganzen Tag drin Ich glaube, ich gucke jetzt ein bisschen Netflix Mach's von uns heute nichts mehr Ich liebe diese Nilo, oh mein Gott Wow Anbeliebe Und ja, sonst mache ich heute jetzt nichts mehr Ich gucke jetzt ein paar YouTube-Videos, gucke ein bisschen Netflix und chill Werde nur noch essen und trinken und schlafen und filmen gucken Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben oder nach unten freuen Ist mir eigentlich scheißegal Abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen Falls ihr heute noch nicht gelächelt habt, ihr wisst, was zu tun ist Lächeln tut gut Wuh Fühlt euch hart von mir geknuddelt Hart Fühlt euch hart von mir geknuddelt Wir sehen uns morgen, es hat angefangen zu regnen Wir sehen uns morgen bei einem neuen Video wieder Because everyday A video day Ja, genau Ich hoffe, das hat er ganz schön Love ya, see ya Bye Lipptchuh